er schickt mir gerade ein kumpel eine nachricht eine sprachnachricht ich würde das so feiern wenn schalke echt klasian hünteler wiederholt und ich so willst du so klasian hünteler hat einen vertrag bei ajax amsterdam ist dir das bewusst und dann plötzlich schickt er mir was zu zwar das hier schalke will auch hünteler zurückkühlen steht so im kicker auch die bildzeitung berichtet darüber ich habe gedacht nein das kann doch nicht wahr sein das ist mein absoluter lieblingsspieler wenn ich wie gesagt wenn du mich gefragt hast nennen wir einen spieler der dann absoluter lieblingsspieler ist und ich habe viele lieblingsspieler muss ich aber auch dazu sagen ist es klasian hünteler klasian hünteler soll noch mal wieder zurückkommen auf schalke krass was für der krasse nachricht also schalke arbeitet dran ob das was wird weiß man nicht okay aber nichtsdestotrotz unfassbar also die die der kicker berichtet darüber jetzt habe ich mir gedacht okay klasian hünteler ist schon ein bisschen älter konkret er ist 37 jahre mittlerweile alt und bringt er überhaupt noch was kann er überhaupt noch was und jetzt gucke ich bei ajax amsterdam zehn spiele fünf tore eine vorlage geile quote machen machen ehrlich unfassbar unfassbar echt ich fasse es nicht wenn das klappen sollte wenn das klappen sollte der trikot ist gekauft der trikot ist gekauft ja unfassbar danke noch mal ein colia für den hinweis und ja ich lege mich in die eistonne glück auf ja 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 ja